moin moin liebe youtube-süchtigen und moin moin liebe tierfreunde will ich mal sagen heute und zwar ich weiß nicht ob ihr das kennt ihr habt zwei katzen und habt auch futter genug stehen und wasser neben futter und was ist die katzen gehen irgendwo hin im waschbecken und in irgendwelchen kommen wo wasser steht und trinken daraus nur das wasser was neben futter steht wird nicht angerührt und da haben wir uns was einfallen lassen wir hatten sonst immer eine wasserschale in einem anderen zimmer stehen und die haben die katzen eigentlich sehr gut genutzt woher das kommt weiß ich nicht die erfahrung habe ich bei mehreren katzen schon gemacht anscheinend ist das so und jetzt haben wir uns ein katzenbrunnen gebaut und dem möchte ich euch mal vorstellen das ist eigentlich ganz simpel ganz einfach kostet nicht viel was brauchen wir dazu ich habe hier einmal so ein tonuntersetzer das ist ein tonuntersetzer ein moment von 29 zentimeter durchmesser und sechs zentimeter höhe ja hier habe ich so ein bisschen schaumstoff drunter geklebt also das ist moosgummi weil wenn man den auf den tisch oder sowas stellt dann überträgt das natürlich auch die geräusche und deswegen habe ich das eben so gemacht dann hört man ihn nicht was man da auch noch zu braucht ist im ton topf ich habe hier jetzt so einen rosentopf genommen ja den durchmesser weiß ich jetzt so nicht das müsste dann gucken wie das so passt man dann hier so guckt dass das so ungefähr passt des weiteren habe ich eine alte aquariumpumpe genommen da gibt es natürlich auch brunnenpumpen und so weiter da müsst ihr mal gucken ein bisschen mal googeln da gibt es ganz günstige sachen ich habe jetzt hier eine 400er pumpe vom aquarium und da habe ich hier ein schlauch durch gemacht mit dem durchmesser dieses loches ja und das ist eigentlich ganz einfach man fummelt den schlauch hier durch also quasi so durch stellt die pumpe wieder fein mittig den blumentopf fein mittig dahin dann habe ich mir jetzt noch so ein paar steinchen genommen normaler kies so rein kies habe ich hier genommen man kann natürlich auch andere sachen nehmen um das ein bisschen ansprechender zu machen das soll ja auch noch ein bisschen nach was aussehen da kann man natürlich murmel nehmen oder glaskristalle oder ja dann müsst ihr eben selber sehen was ihr gerne mögt nur dann ihr fein so ein bisschen verteilen so füllen die ganze geschichte mit wasser auf und stecke mal ein wo wir sehen könnt ich weiß nicht ob ihr sehen könnt das sieht im prinzip richtig schön aus finde ich wenigstens und vor allen dingen es hat den effekt dass die katzen daraus trinken wir haben ein kater der trinkt hier unten aus der schale und der andere der leckt hier immer oben quasi das wasser ab was hier runter läuft ich finde ist eine gute idee habe ich mal irgendwo auf youtube gesehen und das nachbauen wie gesagt das ist ruck zuck das ist fünf minuten sache die materialien ich sage ja die pötze zum beispiel ungefähr zehn euro die pumpe auch je nachdem was man nimmt ich hatte jetzt noch zufällig eine pumpe liegen in meinem aquarium zubehör aber wenn ihr da interesse daran habt so was mal selbst zu bauen ist gar kein problem sucht doch irgendwie ton töpfe weil ton finde ich schöner man kann natürlich auch andere kommen oder schalen nehmen die vielleicht lasiert sind und so weiter aber ich wollte das ein bisschen schlicht und einfach halten und ja ich finde das ist eigentlich eine schöne sache vor allen dingen die tiere die trinken jetzt wieder richtig viel was im vor also vorher eigentlich nicht war da haben die eigentlich sehr wenig getrunken und das ist natürlich auch nicht gut und so haben wir diese lösung eben gefunden ja wenn es interessiert nachbauen und mal melden bei mir unten eine kommentare ob ihr der erfolg mit habt oder wie eure tiere darauf reagieren würde mich echt interessieren bis dahin euer ans dieter ciao